Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Channel, Mike on the Road. Es geht folgendermaßen, es geht darum, um mal zu zeigen, wie das Leben hier auf den Straßen von den USA ist. Heißt also, ich fahre seit drei Jahren quer durch die USA als Trucker. Vorher mit dem Big Truck, jetzt mit dem Hot Shot Truck. Das heißt, es ist ein Pickup Truck mit dem Bus. Hier ist der Trailer. Das ist ein 40-Fuß-Trailer. Big Tex. Und hier ist mein Truck. Das ist ein Dodge Ram 3500 Heavy Duty. 6,7 Liter Turbodiesel. Und damit geht es halt quer durch die USA. Da habe ich jetzt in anderthalb Jahren oder ein Jahr und acht Monaten 184.000 Meilen runtergerissen. So, hier nochmal der Trailer. Also 40 Fuß Ladefläche. Von den 40 Fuß sind hier hinten nochmal 5 Fuß Rampen zum Runterklappen. Die Ladung, die hier drauf ist, die geht nach Texas. Die muss Dienstag da sein. Ich stehe jetzt hier in New Mexico. Ich mache meine 34 Stunden Pause. Zu meiner Vorstellung, ich bin ja Mike, bin 10 Jahre in den USA und fahre seit 4 Jahren oder 3 Jahren durch die USA mit dem Truck. Bin vorher in Deutschland auch Truck gefahren, die Übergröße. Und jetzt hier halt in den USA aber vor. Mein Beruf ist Konditor. Aber da kann man halt nicht so das verdienen, was man eigentlich jetzt im Leben braucht. Wenn man halt einen gewissen Nebenstandard hat. Ja, also das zu meiner Vorstellung. Und ich hatte schon vorher ein paar Videos gemacht, aber bin damit nicht klar gekommen mit dem Hochladen, weil die einfach zu groß waren. Jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, die zu verringern. Muss bloß ein bisschen die Qualität verbessern. Eventuell gefällt es euch ja. Wenn es euch nicht gefällt, dann schaltet einfach wieder ab. Wenn es euch gefällt, dann abonniert mich oder liked oder wie auch immer. Schreibt ein paar Kommentare, ein paar Tipps oder Anregungen. Weil ich bin komplett neu in der Szene hier mit meinem YouTube-Channel. Auf die Idee hat mich eigentlich, ja, habe ich mich selbst gebracht, aber gepusht wurde das Ganze. Also erstmal von meiner Frau, von der Babsi, die mir die Kamera geschenkt hat. Es ist zwar keine GoPro, aber zum Anfang sollte es erstmal reichen, um auszuprobieren, wie das Ganze läuft, funktioniert. Vielen Dank nochmal an meine liebe Frau. Und der nächste Punkt waren Freunde, die da waren jetzt vor zwei Wochen. Da sagte die Ninette, Mensch, mach doch einen YouTube-Channel. Und du hast so viel Informationen über die USA, wo man hinfahren kann oder wo man nicht langfahren sollte, auch als Camper. Weil die ist in der Camper-Szene drinne. Und da gibt es natürlich einige Informationen und Tipps und Tricks, die man in der Zeit, in der ich auf der Straße bin, hier erfahren hat. Und auch bekommen hat von anderen Fahrern. Ja, wie gesagt, also ich zeige euch die Straßen von den USA, meine Ladungen, Truckstops, ich gebe euch mal ein paar Informationen und über die ganze Sache hier, Trucking in den USA. Ja, okay, das soll erstmal meine Vorstellung gewesen sein und weitere Videos folgen. Ich weiß zwar noch nicht, wie jetzt täglich, aber wahrscheinlich täglich oder wöchentlich. Ich muss mal gucken, wie die Zeit ist, weil meine Zeit ist ja auch mal ein bisschen mit Grenzen. Also, bis dann, tschüssi und bye-bye.